Das finde ich cool. Ich kann auch mit leben. Ich bin gespannt, ob das grafisch ist, ob das man jetzt im Hintergrund gut sieht. Aber okay, gucken wir uns das Video jetzt auch noch an. Ja, finde ich auch. Oh, guck mal, wie sie aussehen. Die haben die Beine so halb in der Erde, voll grafisch baggig irgendwie, das sieht ja voll potestlich aus. Der hat auch wieder so doof, finde ich. Egal, ich spiele, oh wunder, Archer. DING 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 DING. Was ist meine Aufgabe? Ja. Ja. Die sind die Spiele, die sind für die Freunde zu retten. Win this way! The warriors of Rohan, they are no enemies! So an Ostling war das. Also, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Och man, der will nicht sterben. Muss ich diese Dinger da zerstören? Die Einnehm-Türme-Dinger da? Ich verstehe, was ich meine. Bevor sie diese Linien hier erreichen. Schwer und traurig, aber wahr. Trotzdem machbar. Genau, legt euch mit Nahkämpfern an, so wie ihr es seid. Da, das Ding ist nur von hinten angreifen. Geh, wir NEIN! Guck, man kann es sabotieren, das find ich gut. Wir haben uns eins von den Dingern zerstört. Das Ding ist gut! Oh, ich bin tot. Das finde ich nicht witzig. Ich würde sagen, ich will schocken, dann komme ich schneller durch. Denk, 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 denk. Nein, ich bin schon fast tot. Wollte schon sagen, Schock gespielt hat mir beinahe gar nicht gebracht, aber man hat im Endeffekt auch noch versucht, die Fähigkeit zu nutzen. Wie geht das eigentlich? So, grab Troll. Ah, nicht genug, um direkt zu töten. Grab noch mal. Oh, typische KI. Man greift den an. Was macht er? Er dreht sich um, nachdem er tot ist. Das war jetzt mal das Spiel. Ah, nein, nein. Ey, warum bin ich denn jetzt hier eingeklemmt? Nicht, nicht. Komm, unsichtbar werden. Schön. Ja, treu gepackt. rein. So, macht man Aua. Okay. Ich spiel jetzt auch lieber etwas mit etwas mehr Schaden. Zum Beispiel den Archer. Damn. Pff, haha. Von hinten. Put, Perché. Tja. So muss sowas sitzen. nicht schon wieder tot dann nehme ich jetzt den her, weil ich darf nicht mehr sehr viel Leben verlieren was muss man machen, um nicht sehr viel mehr zu leben zu verlieren? muss etwas spielen, was viel Leben hat damit es nicht ganz schlimm ist, dass man doch ein bisschen was mehr Leben verliert ja, sabotiert geschafft schau es schnell ab Käse Olifant, klar das heißt Olifanten töten Olifanten töten mit a catapult all being using sabotage sie dürfen auf jeden Fall nicht zu nah kommen, wenn sie sich verstanden haben oh, Legolas ja ja, ich werde für Lady Galagria spielen ja, wie nutze ich das Ding jetzt? ja, wie nutze ich das Ding jetzt? ich werde aber nicht die Kampfzone verlassen ich werde aber nicht die Kampfzone verlassen komm schon komm schon nein, 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 ich darf nicht verlieren oh, nein ich werde gerade so einen guten Lauf wenn ich einmal verliere, verliere ich immer wieder die oh, man defeed Mann, 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 das finde ich assi Re-Start yes, I will the charge at Pellanoffields also Pellanoffields Ganz toll. Darf ich von Anfang anlegen, will das Spiel? Nein, darf ich natürlich nicht. Warum auch? Ich meine, es könnte ja nicht so sein, als dass mir das Spiel anfangen würde, noch richtig Spaß zu machen. Also, ich bleibe dabei so konstruktiv gesehen. Spaßmäßig ist das Spiel immer noch recht weit oben. Na, aber die haben gleich so hässlichen Fressen wie im Film. Diese schlecht geschminkten Erskenniger vom übelst schlechten Kahnweiz-Film oder so. Oh, auf wen ziehe ich denn hier? Ja, wieder das Spiel mich verarschen. Danke. Ach, jetzt ist er doch tot. Ich wollte eigentlich das Fress nutzen. Mann, Mann, Mann. Ein blöder Easterling. Nein, ich bin tot. Egal. Nimm ich jetzt den hier. Ding, ding, ding. Binding-O-Ping. Wee! Nee. Ja, genau. Alter. Äh, 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 äh. Vor den Arschrott gegeben, dem auch. Oh, ha, 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 sabotiert, sabotiert, sabotiert. Boom. Sabotieren, sabotieren, sabotieren. Ach, beinahe. Okay, der Gefeier macht nicht, dass man Leben verliert, sondern dass man schön langsam ist. Oh, und Leben verliert. Durch diesen Easterling Archer dahinten, der jetzt gleich sterben wird, weil er voll wenig Leben hat. Bim, 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 bim. Komm her, verschwinde nicht. Jetzt die epische Aufgabe. Zerstöre den Belagerungsturm. Okay, grab the troll. Hey, das war meine Idee. We are almost without reinforcements. Schade. Und nochmal diese epische Aufgabe. Ich spiele diesmal Mage. Mage, Mage, Mage. Was soll ich sagen? Der Mage macht das Leben schöner. Ups. Jetzt bin ich tot. Und nochmal den Mage wählen. Ich verliere jetzt eh. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Boah, hat der einen Luck, ey. Ich bin so schlecht in den Moment. Ja, das war das. A tower ist almost auf dem Weg. Schade. Schade. Basta es zu late. Ja, derattend. Deh, um ein paar Freiheiten zu töten. ивается. Das war mein Kind. Ja. 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 Du kannst nicht vorbei Das war jetzt die Babyversion von Du kannst nicht vorbei Ich will doch nur dieses Ding sabotieren Och man Leute Was will ich sagen Dann hab ich jetzt auch keinen Bock mehr